Simon Bodermann, Ihnen ist der Auftakt gelockt. Sie waren Torschütze. Cooler Scorer. Aber etwas ist vor allem cool gewesen. Es gab wieder Leute rundherum. Ja, sehr cool. Fast 7'000 Leute. Ich glaube, der dritte Rang war voll voll. Die haben eine Stimmung gemacht. Richtig cool. Es ist vieles neu beim ZSZ. Sie haben einen neuen Mitspieler, Justin Azevedo. Wie haben Sie ihn gesehen? Heute Abend? Heute Abend, ja. Ja, wie er sich eingelebt hat, eigentlich schon von Anfang an. Er macht mega smarte Plays. Er findet Krüger und mich wirklich super Spots, super Abschlussmöglichkeiten. Und ja, bis jetzt haben wir uns sehr gut ergänzt. Der Sportchef hat sich noch etwas mehr Energie gewünscht von denen, die gekommen sind. Ist das etwas, was Sie jetzt schon wahrnehmen? Zwar erst 60 Minuten, aber ist das schon ein bisschen auszuspüren? Ja, ich meine, wir haben jetzt mega tief im Team. Ich glaube, das kann man schon sagen. Wir haben vier super Linien, die wir den Gegnern auch unter Druck setzen können. Ich glaube, das haben wir heute, vor allem am Anfang des Matches, sehr gut umgesetzt. Und ja, ich glaube, das sieht man schon, ja. Danke vielmals. Danke.